an alle star wars freunde star wars freunde facebook star wars freunde a bis z so wir sind keine star wars verrückten die haben nämlich über 26.000 leute die da in dieser gruppe verweilen sind auch top leute top cosplayer und die hacken da so richtig mit star wars wir sind hier die star wars freunde a bis z loben die tausend und habe festgestellt dass wir eine sendung doch nicht machen werden weil lohnt sich nicht denn wir müssen erst mal eine frage stellen was bist denn du für ein star wars fan ganz neu youtube und zeichentrick ja alles was bei youtube anläuft da destiny resistance oder ein zeichentrick star wars fan ein klo was ein rebels ein resistance oder hollywood ja hollywood ist nämlich was anderes wie das andere also oder hörspiel genau merkt ihr star wars hörspiel ist komplett anders ein ganz anderes universum ja die erben des imperialen des imperiums des universums und so weiter mit thorn dann eine komplett abgehandelte geschichte über dars vader ja der drüber nachdenkt dass er doch verletzt wurde und so weiter dass eine schwere last trägt denn so einfachen mantel hat er dann nicht jeder der als dars vader durch die gegend rennt meint immer das wäre alles so einfach nee die das ist da also anakin ist fast ein druide ha morgen so star wars macht unheimlich viel spaß geht kein weg dran vorbei nur wenn man das wort star wars nennt ich habe einiges vor gehabt mit spezial sachen sobald das wort wie gesagt star wars fällt bin ich sofort bei 1000 euro zack zack geht das es ist halt so wenn man irgendwie was machen möchte ist auch mit dem kino so wie gesagt haben wir ja und wenn man euch einladen würde wenn man da so um die 1000 euro mit dabei um so und so viele leute dann ins kino zu bekommen aber irgendwie wir sind zwar eine star wars gemeinschaft wir sind star wars freunde aber so richtig klappt das alles nicht wenn man da irgendwie was machen möchte gut wir schaffen leider jetzt hier keine eine gilde wir haben zwar den treffpunkt hier das seht ihr ja wir arbeiten auch täglich an den geschichten wir lesen viel wir hören viel und stellen fest wir stellen fest dass viele star wars freunde sowie bei eisenbahnern zwar ein hobby haben aber jeder hat irgendwie ein anderes thema auch bei star wars der eine mag nur trickfilm der andere mag nur 1 bis 3 der andere mag 4 bis 6 ja es gibt wirklich die distanzieren sich unser 1 ist global mag alles hat sich auch alles angeschaut und ist von sich auch nicht überrascht darüber was man da so alles erfährt im zeichentrick modus im hörspiel modus hollywood ist klar es hat also hollywood star wars hat nichts damit zu tun was universe darstellt was die anderen autoren im universum auch im europäischen universum geschrieben haben ja es gibt sehr tolle großartige fans beziehungsweise gruppen in frankreich an der normandie ja was die da bauen was sie da herstellen und die gemeinschaft die wir haben ist ist schon heftig ja also sindelfingen hier in deutschland sindelfingen auch speyer wenn die da überall die leute herkommen lassen macht spaß aber einige sind singles einige rennen da mit ihrer cosplay geschichte herum ich habe jetzt gerade den helm vergessen denn ich habe ihn jetzt schon mal so schon mal den helm von captain rex captain rex ja captain rex die oberuniform habe ich nicht habe leider das komplette bekommen soll eine figur angezogen werden also eine schaufensterpuppe und dann soll diese schaufensterpuppe auch ausgestellt werden als ja genau captain rex so einige charaktere sind ja kristallisiert worden die sind nach vorne gezogen worden ja die hauptdarsteller wissen wir in hollywood da brauchen wir nicht drüber reden aber die anderen ja wie thorn groß admiral thorn ja der da abgehandelt wurde oder wie es da habe ich ja gerade den cliffhanger gehabt weil kunde reinkam da ist weder da ist weder ich meine wenn man sich das anhört als hörspiel und dann in den daten also in anakin rein sich versetzt ja und dann mitbekommt dass anakin eine schwere last trägt ja er hat ja nichts die arme waren weg die beine waren weg da war ja nicht mehr viel ja äh von anakin von anakin ist ja nicht viel übrig geblieben dieses kurze umpolen in diesen sogenannten hass ist klar aber der hass bleibt ja nur durch seine gewichtigkeit dessen was er trägt ich meine wenn wir in dieses cosplay kostüm springen können wir gar nicht nachempfinden was wirklich wäre wenn wir anakin darstellen dürften ja diese schwere last die er trägt also dieses nicht nur dieses röcheln ja sondern man hat in vielen vier fünf und sechs und ganz kurz in rück wann da ist weder gesehen da ist er gekommen etc pp aber in wirklichkeit ist das ja ein mensch unter qualen der leidet und nicht mehr viel hat von seinem körper alles ist maschinell alles wird ihnen angepasst und wichtig also ist gewichtig hat also ist nicht leicht also so wie man das im hörspiel hört ähm und wenn man auch die bücher liest ah ja genau so man muss auch fragen seid ihr comic fans von star wars seid ihr bücher fans von star wars ist ein mängel geworden in den 41 jahren wir gehen jetzt in das 42 jahr und ich hatte vorhin eine super sendung aber lohnt sie nicht weil die freunde die guten freunde wirklich guten freunde viel zu weit weg wohnen und die schauspieler wie gesagt müssen ja auch an ihre arbeit denken sie müssen geld verdienen in so einer sendung einladen so wichtig ist die sendung nicht so wichtig bin meiner einer auch nicht wir sind reale dienstleister hier äh wir haben tagtäglich mit realer dienstleistung zu tun es freut mich ich habe da ein paar stamm wirklich stamm starbus fans die hier kaufen die da die wand schon halb leer gekauft haben so und wenn ich mir so denke weil ein bisschen wehmut ja wenn das weg ist so man hat ja eine zeit lang eine sicht darauf ja man man sieht eine zeit lang joda ja da sitzt einen ansmiled als figur und plötzlich kommt einer du möchte ich haben ist er weg ja dann ist da so eine kleine leere ich weiß nicht wie ihr euch so fühlt bin ja zwar nur händler also realer dienstleister und händler bin kein fan der jetzt irgendwelche die figuren kaufen die haben muss muss die nicht haben wie gesagt mein augenmerk liegt mehr auf die thematik des films ich würde sehr gerne mit euch cosplay film drehen cosplay geschichte machen aber die stadt essen kann man vergessen das hört sich so das war mal das war mal die stadt aller städte alles klar okay wie gesagt das war eine anfrage und die anfrage lassen wir weil nie einer richtig zeit hat so meiner eine arbeitet sieben tage bis zu 168 stunden die woche deswegen fällt mir das nicht auf arbeit ist für mich arbeit ob ich nun vor der kamera oder hinter der kamera für den kunden oder jetzt für mich hier sitze ist für mich ein und dasselbe ja wie gesagt ist für mich ein und dasselbe und es ist nicht einfach also filme drehen ist nicht einfach überhaupt sachen zu machen die meisten die hier erscheinen wegen der realen dienstleistung auch im staros bereich brauchen etwas und dann war es das also wenn meiner einer jetzt einen aufruf täte ich brauche cosplayer ich brauche leute die lust haben vor der kamera zu sprechen ist die resonanz gleich null was ich gut verstehe weil jeder in seiner welt und vor allen dingen die mit denen ich sehr viel korrespondiere mit denen ich sehr viel mich unterhalte zu weit weg wohnen sie wohnen zu weit weg und das bringt halt nichts ich habe es versucht ja ich habe es wirklich versucht aber es klappt nicht aber gerade hier den pieper da ich komme erst um 16.30 nach hause etc pp also so interessant ist staros doch nicht man kann die leute in staros nicht mehr so begeistern wie früher wie alles noch so war da brauchte man nur staros sagen schwuppdiwupp weil der raum voll voll und hat viel spaß gemacht es sind auch viele stars und sternchen gekommen die staros mochten und auch hier gesessen haben und in die kamera gesprochen das wisst ihr das habt ihr selbst gesehen wir haben auch diese gruppe freunde staros freunde und ja das war es dann muss nicht mehr sein das ganze ich hoffe wirklich ich habe mir das jetzt wie gesagt nochmal angeschaut ich habe mir die ebooks die karawane der ebooks und die zeichentrick also alles was es gibt auch die hörspiele und die sammlung wächst ja ich habe also schon eine ganze schublade voll mit dvd blu ray und hörspiele und und so weiter bücher sind auch noch da als händler gibt man sie zwar ab weil zu weihnachten gerne so zwischen november dezember gebe ich alles gerne ab weil dann freude geschenkt wird und andere die keine zeit haben zum suchen zufrieden sind der das weder helm ist auch schon geordert das heißt also der wird auch weggehen diese woche wenn nicht ist gut dann kann ich ihn weiterhin tragen so wie ich es gerne hätte und wenn nicht dann ist er halt weg so der andere stormtrooper helm ist schon weg wie gesagt captain rex helm ist angekommen mit leichter klamotte für die sendung die ich da machen möchte muss ich mal schauen ob ich werde es alleine machen ich habe mich wirklich mit disney unterhalten etc es ist ein produkt was verkauft werden soll und das will nur disney disney will es verkaufen disney hat kein fan merchandise disney hat kein fanservice nee die wollen verkaufen kommt vorbei ist mir egal das geld hier und tschüss ja das ist disney knallhartes business bei youtube können wir uns star wars show anschauen die erzählen luster ein und das war es dann auffällig ist star wars ist star wars bleibt ein amerikanisches produkt und man will es gar nicht europäisch europäisch europa deutschland wenn wir mal ehrlich sein bei resistance oder bei rebels bei rebels waren ruckzuck verdeutscht man konnte sich das anschauen jetzt ist halt nur in englisch bei youtube zu sehen äh xd zeigt auch rebels 9.30 jeden jeden samstag aber so merkwürdig dass man sagen kann was soll das also man hat zig unterbrechungen da drin ist es jetzt zu ende ist es nicht zu ende man weiß auch gar nicht wie lange äh die takes sind ja 20 minuten 25 minuten man weiß es gar nicht bei youtube laufen sie auch nur 2 bis 3 minuten also man weiß überhaupt nicht ähm ja also richtig weiß man nicht ähm ja so richtig weiß man nicht äh so richtig warm wird man nicht mehr ja die euphorie die mal da war diese herzwerbung ja diese thematik mit star wars es ist an sich immer dasselbe also er ein wort wir müssen uns von star wars verabschieden nächstes jahr im jahr 2019 dezember heute in einem jahr müssen wir uns verabschieden von den ganzen weil dann ist anakin skywalker zu ende wenn wir glück haben bringen die ja nochmal anakin skywalker ähm wie er in dem moment wo er es wurde da war ja ja so ich meine die hörspiele sind doch schon mal super hallchen grüße 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 so das wort freund ist relativ ähm star wars freunde bedeutet dass man halt höflich miteinander umgeht und bei star wars wie gesagt miteinander irgendwas macht oder auch nicht und wenn eine frage gestellt wird hast du zeit dann kann man nicht sagen ich arbeite bis 16 30 danach bin ich platt ist merkwürdig weil wie alles frisch war waren alle da ja man wurde regelrecht überhäuft etc pp und man wurde auch als freund deklariert aber wenn ich feststelle ist das einseitig also sieht es ja auch einseitig jetzt hier vor ich spreche jetzt auch einseitig in die kamera ist also einseitig man mag oder man mag nicht ist okay äh aber freundschaft bei facebook das ist so eine sache ähm wenn man da schon fast 15.000 hat deswegen mussten da einige accounts geändert werden weil facebook ist nicht so sozial wie man sich das vorstellt und solche gemeinschaften die star wars ist auch nicht so eine geschichte weil ich sehr viele kennen gelernt habe äh da entwickelt sie sich nachher äh doch sehr viel mit bezahlen ein verein zum beispiel hätte mir 120 euro gekostet hätte aber nie dahin gekonnt aber halt viel zu weit weg äh ist halt so zwei vereine waren da äh das hat mir auch unheimlich viel spaß gemacht dass die da waren und äh ja das war es halt das war 2018 das war star wars und äh es kommt neu es wird neu es werden es sind viele gegangen leider weil sie verstorben sind es sind ja auch viele gegangen ich habe hier sogar eine kleine fliege äh in das im november ja also wie gesagt star wars macht auf einer seite spaß wenn man weiß welchen nenner du hast also was dir spaß macht etc pp und ähm ja ist halt so ne ja die sache ist halt so dass einige sich immer fragen warum so freunde verlieren nun freundschaft ist immer sollte nicht einseitig sein wenn einer morgens früh hallo ruft etc sollte man mal drüber nachdenken warum man das macht ne so star wars freunde bedeutet dass wir freunde von star wars sind von diesem angebot von diesem amerikanischen angebot über star wars äh man kann da hinein sich steigern man kann abflachen man kann höhlenflug machen aber trotzdem ist man irgendwie freund von dem thema star wars private freundschaften schaffe ich kaum die woche hat nur 168 stunden und in den 168 stunden bin ich reichlich aktiv nicht nur also star wars begleitet in diesen 168 stunden die woche also eine art begleitung und die ware das wahre leben begleitet auch und die arbeit begleitet also es ist ein reines begleiten wenn man zeit hat taucht man ein meiner einer war ja beruflich involviert mit star wars bisschen klappt das ich weiß wo ich ansetzen muss um abzuschicken was geht denn da ab also ich habe jetzt die neuen gesehen die da neu schreiben die alten habe ich nicht mehr gesehen die da geschrieben haben an den stories also es wird ziemlich jung ist ein junger geist der die märchenwelt von star wars äh adaptiert verändert auf den weg bringt ein universum ein star wars universum äh ist von den zusätzlichen autoren ja zusätzlichen autoren wo wir damit vor etwas zu tun haben wo das weder uns noch mal wie gesagt erläutert wird wie hart er in seinem leben und das ganze ja äh jetzt gerade eben habe ich von disney hollywood mäßig da gelesen dass vielleicht äh amygdala nochmal da reinkommt und so weiter also dass man da alles rein bindet um einen richtigen schönen abschluss zu tätigen ja kann sein dass wir da äh will nicht hoffen aber es kann sein dass der anakin plötzlich da ist als das weder oder als anakin selbst ähm dass padme amygdala da kurz auftaucht und wie gesagt das ganze nochmal erklärt wird was an sich nicht sein müsste aber wenn man unbedingt das ganze äh nochmal aufleben lassen möchte als highlight als abschluss für das regal sozusagen ja star wars ist und star wars bleibt ein merchandise für spielwaren das war die prämisse das war george lucas george lucas wollte spielwaren verkaufen so er wollte spielwaren verkaufen hat er auch geschafft disney will disney verkaufen disney möchte sich selbst anbieten und so weiter und denkt nicht so an verkauf wenn man in den disney store geht kann man sicherlich kaufen wenn man vor ort ist in paris oder in amerika aber ähm hier so kann man kaum etwas bekommen wenn man bei toys us ist bekommt man auch ganz andere sachen wie äh ein sammler der nach thematen vorgeht ich habe also kunden hier die nach themen gehen die haben ein thema das hätten die gern jugendlichen zwischen 10 und 15 jahre äh sind mehr so bei rebels ja also habe ich schon festgestellt die etwas älteren um die 40 50 60 die suchen und die ab 70 80 90 die wollen extreme sachen noch haben aus welchem grund auch immer sideshow ist extrem auch im preis und kabuki ist extrem auch im preis ja also star wars ist an sich ein zahlungsmittel mittlerweile ja ich gebe dir der star wars figur und ich bekomme gegenzug was anderes so apropos freunde wir sind star wars freunde weil die star wars mögen so aber ich kann leider kein freund sein privat oder so weil ich schaffe es nicht ich habe also keine zeit ich würde mich freuen wenn wir während der arbeitszeit etwas machen könnten aber da haben die anderen halt keine zeit ist halt so auch schon schauspieler haben zwischendurch zeit sind hier aber meistens sind sie hier weil sie was benötigen ja wir wollen ja wie gesagt den film drehen leider nicht star wars sondern über künstler hat sich so ergeben schauen wir mal über bildende künstler über maler werden wir dann wohl cosplays angedacht aber das klappt alles nicht so die zeit ja dann hat der keine zeit dann hat der keine zeit ja man gibt horrendes geld aus also ich beglückwünsche alle die freunde haben beglückwünsche alle die zeit haben freunde zu sein beglückwünsche wirklich dass ihr ein team seid ich beglückwünsche euch dass ihr miteinander das auf den weg bringt ich beglückwünsche euch dafür meine einer hatte 50 jahre seines lebens gehabt so was aber ist jetzt leider nicht mehr möglich weil jetzt ist endphase ab 60 kommt die endphase da muss man schon überlegen gesund zu bleiben mit dieser gesundheit umzugehen aufpassen er ist halt so wollen wir uns nichts vormachen ab gewissen alter kann man so ein späßchen nicht mehr machen da muss man schon auf den körper achten und wenn der körper sagt nö ich will nicht tut mir leid ich bin müde dann sollte man sagen okay körper hast ja recht also schlafen wir eine runde oder dösen wir eine runde oder lassen wir das ganze mal sein ja hin und wieder lässt man sich star wars auf sich nieder prasseln ja ohne action einfach nur so ein hörspiel ein buch so was morgen okay so ihr star wars freunde von a bis z ohne einen nahe zu treten wie gesagt meiner einer kann keine private freundschaft aufbauen meine einer kann auch nicht vorbeikommen klappt nicht ich schaffe ja noch niemals zu den leuten nach dortmund ja also zu dortmund kann ich nicht fahren weil klappt nicht die zeit und so weiter ja da brauchen wir ja noch was weihnachtszeit die ehefrauen sind unterwegs die ehefrauen sind unterwegs um figuren für ihre ehemänner zu kaufen ja ich habe leider nur ehefrauen von exzellenten sammlern die wollen nur von kenner von kenner die ersten figuren et cetera natürlich haben wir von kenner aus den jahren hier noch stehen aber ihr wisst ja den preis der preis ist heiß einige frau warum hat er denn so ein teures hobby warum muss er unbedingt von kenner sein einer sagte sogar ja das hat mit der studentenzeit zu tun und so wird geld irgendwie anlegen also viele legen ja star wars an um es irgendwie weiter zu verkaufen ja da darf keine macke dran sein und so das muss mal eingepackt sein die haben sich dafür ins schläft da interessiert vom baba fett und so ja ja original kenner uralt ihr wisst ja die preise weil amazon hier fand ich lustig dass heute reichlich viele püppchen wieder gegangen sind heute war der tag von harry potter ist halt so harry potter figuren sind ja auch zum safen sind ja auch zum sammeln einige jugendliche zwischen 10 15 entdecken plötzlich harry potter aus welchem grund auch immer und die mütter wollen den kindern natürlich zu weihnachten etwas schenken nur harry potter ist ja nicht so in natürlich versuchen wir das zu besorgen so hat auch nichts hier jetzt bei star wars zu suchen also star wars ist ja immer von aller munde wir sind gerade aber eingekommen einige fans hier beziehungsweise freunde von star wars han solo hätte jetzt zu weihnachten kommen müssen dann wäre die sache auf irgendeine art auch irgendwie gelaufen aber nein man hatte sich ja für ein falsches datum und so weiter es laufen viele berüchte rum george lukas kommt nicht zurück george lukas hat natürlich genügend geld jetzt gemacht hat auch sehr viele anteile von disney übernommen und somit hat er gar kein interesse irgendeinen film von star wars zu machen auch nicht als regisseur er überlässt das jetzt anderen so dabei bleibt es also meine lieben freunde es geht auch weihnachten zu nicht mehr lange und in einem jahr sehen wir dann endlich den großen abschluss von anakin skywalker seine saga von neun filmchen neun filmchen denkt dran hollywood version zeichentrick version krieg der sterne version und dann neuartige zeichentrick version ja dann die youtube geschichte ja destiny und so hallo grüßchen was brauchen wir